Elon Musk weiß es, Investoren wissen es schon länger und auch die Analystenmeinungen die bestätigen es. Silber wird knapp. Daher könnten Silberminen in Zukunft ein sehr spannendes Investment werden. In meinem Video vor ca. zwei Wochen habe ich fundamental über den Silberpreis gesprochen und wir haben dort auch eine technische Analyse dazu bereitgestellt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ist es für euch nochmal in der Infokarte verlinkt. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Heute soll es aber vor allem um Silberminen und den Aktien dieser Minen gehen, denn da liegt dann am Ende auch wirklich der Hebel. Denn die Minen könnten überproportional von steigenden Silberpreisen profitieren. Ich bin Jan von Axino Capital. Wir investieren seit über 30 Jahren erfolgreich in Rohstoffprojekte und Minenaktien. Ich war auch selber schon in Kanada auf der größten Bergbaumesse der Welt und auch auf Minenprojekten selber. Und ich möchte dir hier unser Wissen weitergeben. Wenn du von dem Wissen profitieren kannst und etwas zurückgeben willst, dann kannst du es sehr gerne mit einem Like oder einem Abo auf unserem Kanal machen. Jetzt aber direkt rein ins Video. Vorab vielleicht noch der kleine Hinweis, dass ich hier keine Anlageberatung betreibe. Und wir haben auch zwei Interessenskonflikte, die ich später noch sehr gerne im Detail erkläre. Außerdem kann man die am Ende auch noch im Disclaimer nachlesen. Jetzt geht es aber los mit dem Thema Silberminen. Also lasst uns zunächst nochmal über ein, zwei kleine Dinge sprechen, bevor wir dann richtig ins Thema Minen reingehen. Ja, Silber ist zwar das Gold des kleinen Mannes, so wie man sagt, aber es kann durchaus auch für den großen Mann ein spannendes Investment sein. Ja, Gold zählt sozusagen als Leitmedium für die Metall- und Rohstoffpreise. Und wenn Gold steigt, dann zieht Seba in der Regel deutlich stärker hinterher. Das hat auch schon der Edelmetall-Experte Frank Holmes vor einigen Monaten bei uns in einem Interview gesagt. Das war auch sehr interessant und aufschlussreich. Keith Neumeyer, der ist der CEO von First Majestics. Das ist ein großer Seba-Produzent, den wir später nochmal vorstellen. Und er schreit schon seit Jahren rum, dass er Seba-Preise von über 100 US-Dollar in Zukunft sieht. Ob das so kommen wird bzw. kann und wie realistisch das ist, das lassen wir jetzt erstmal außen vor bzw. gehen gleich nochmal ein bisschen mehr ins Detail, wenn es um die Seba-Preise geht. Fakt ist aber, und das ist das Interessante, die physischen Bestände, die werden immer weiter abnehmen. Warum ist das so? Na, das liegt auf der Hand. Die Exploration neuer Seba-Vorkommen wurde die letzten zehn Jahre absolut vernachlässigt. Seba ist oft ein Beiprodukt, denn häufig befinden sich kleine Mengen Seba in goldreichen geologischen Gegenden. Viele Goldproduzenten haben daher eben auch Seba im Boden, welches gefördert und mitverarbeitet wird. Der Fokus liegt allerdings nicht darauf. Die bestehenden Minen, die produzieren aber gar nicht mehr so viel Seba. Ja, ist ja ganz logisch. Wenn ich eine neue Mine habe, dann nehme ich zuerst das Erz, was viel Seba enthält. Es ist ja nicht überall gleich viel Seba im Boden. Und hebe mir dann das, wo weniger Seba ist, für später auf. Später ist jetzt. Die Goldproduzenten, die stört das in erster Linie nicht. Sie verdienen ja ihr Geld in erster Linie mit Gold und legen darauf den Fokus. Die Entdeckung von neuen Minen bleibt dann also bei den Seba-Produzenten hängen. Allerdings ist das nicht ganz so erfolgreich, wie man sich das vielleicht gerne wünschen würde, denn es wird immer weniger Seba gefunden. Deswegen gibt es, sowohl im Seba als auch bei allen anderen Rohstoffen, Unternehmen, die sich speziell auf das Entdecken neuer Vorkommen spezialisieren. Da gehen wir aber gleich auch nochmal näher drauf ein. Das Entdecken eines Vorkommens, das ist dann das eine. Aber vom Kauf des Bodens bis hin dann zur endgültigen Produktion, wo Seba hinten raufkommt, da können dann gerne mal zehn Jahre vergehen. Ihr seht also schon, wenn ich davon spreche, dass es die letzten zehn Jahre vernachlässigt wurde, jetzt vielleicht aufgrund des steigenden Seba-Bedarfs, E-Autos, Solarpaneele und so weiter. Da seht ihr also schon das Problem. Wir brauchen Minen, wir brauchen neue Minen, wir brauchen die Entdeckung neuer Rohstoffvorkommen. Das kann ziemlich lange dauern. Und deswegen ist jetzt gerade das Thema Exploration dringender denn je. Diese zehnjährige Dauer, die ist aber besonders ungünstig, wenn man sich in einer Phase befindet, in der man eigentlich immer mehr Seba braucht. Die Quellen streiten sich zwar ein bisschen darum, wenn es wirklich um die Menge des Einsatzes von Seba in Elektroautos geht und die Industrie, die posant natürlich ihre benötigten Mengen nicht raus, aus strategischen Gründen, das ist klar. Aber es sind so Zahlen von circa drei Unzen Seba je Elektrofahrzeug im Umlauf. Und ich werde mich jetzt einfach mal auch auf diese Zahl beziehen, damit wir jetzt auch mal einen ganz kleinen Anhaltspunkt haben. Jetzt wird es also interessant. Tesla hat alleine im Jahr 2022 mehr als 1,3 Millionen Autos verkauft. Was dann also bald vier Millionen Unzen Seba entsprechen würde. Und das war wie gesagt alleine im Jahr 2022 nur ein Automobilhersteller. Und vor allem ist der zusätzliche Bedarf, also mal das Thema Ladeinfrastruktur und alles, was da noch mit dran hängt, das ist da noch gar nicht drin. Es geht nur um die reinen Elektroautos. Und dazu kommt noch, und das ist jetzt eigentlich auch der spannende Punkt, dass in den kommenden Jahren natürlich deutlich mehr Elektroautos auf die Straße kommen sollen. Die Regierungen der westlichen Länder haben die Grundsteine dafür schon gelegt. Und demnach wird auch der Silberverbrauch in den nächsten Jahren wohl exponentiell nach oben schnellen. Was das, was ich euch jetzt alles erzählt habe, bedeuten kann, vor allem in Hinsicht auf den Silberpreis, dürfte klar sein. Ob es so kommt, bleibt abzuwarten. Es gibt daher auch schon Aussagen, dass Elon Musk plant, selber in den Bergbau zu investieren und sich das Silber schon an der Mine selber zu sichern, um dann am Ende nicht mit den Konkurrenten ums Material streiten zu müssen. Kommen wir nun aber mal, wie versprochen, zu den Aktien, die ich euch mitgebracht habe. Wir sind, wie gesagt, mehr als 30 Jahre als Investoren in dem Sektor aktiv und geben euch hier unser Wissen weiter. Ganz wichtig, die Aktien, die ich euch jetzt hier vorstelle, sollen keine Anlageberatung darstellen. Und ganz wichtig sind auch die angesprochenen Interessenskonflikte. Dazu jetzt mehr. Also erstens sind wir selber in die eine oder andere Firma investiert. Und andererseits haben wir auch potenziell Dienstleistungsverträge mit der einen oder anderen Firma, die ich jetzt erwähne. Wir sagen immer, es hat Vorteile. Wir sind selber Investoren, sprich wir labern nicht nur rum, sondern wir investieren unser eigenes Geld in den Bergbau und stehen also hinter den Aussagen. Wir gehen also ebenfalls das Risiko von Investorenseite ein. Wir wollen euch hier mehr Einblicke geben. Um einfach mal ins Thema reinzukommen, starten wir mit einem produzierenden Unternehmen. Ich habe mir mal die Heckler Mining rausgesucht. Heckler ist der größte Silberproduzent der Vereinigten Staaten und hat dort einen Anteil von mehr als 45 Prozent der gesamten Silberproduktion im Land. Die produzierenden Operationen befinden sich in Alaska, Idaho, aber auch in Kanada, also in Quebec und dann im Yukon. Zudem hat die Firma auch einige Explorationsprojekte, die ebenfalls vorangetrieben werden, auch großteils auf diesem Kontinent. Die Produktion soll in diesem Jahr 2023 voraussichtlich 17 Millionen Unzen Silber betragen und das Ziel ist es, in den kommenden Jahren auch zu Kanadas führenden Silberproduzenten aufzusteigen. Dafür arbeitet die Firma selbstverständlich an ihrem Wachstum und Exploration ist das eine, aber auch Übernahmen sind dabei ein beliebtes Mittel. Denn mit der Übernahme von Alexco Resources ist Heckler angetreten, die Aktivitäten der Silberproduzenten und Silberminenentwickler in der kanadischen Provinz Yukon zu konsolidieren. Nun folgt mit der vollständigen Übernahme von Airtag Resources der nächste Schritt, diesen Bereich an sich zu reißen. Ja, apropos nächster Schritt, wir wollen ja hier immer nur einen ganz kleinen, kurzen Überblick über die Welt der Silberminen geben. Sollte Heckler sich nun dazu entscheiden, den nächsten Schritt zu gehen, so könnte vielleicht Metallic Minerals ein spannender Kandidat sein, das schauen wir uns jetzt mal mehr an. Metallic ist ein Explorationsunternehmen mit einem Weltklasse-Team und interessanten Projekten. Metallic hat zwar ein sehr aussichtsreiches Kupferprojekt in Colorado, also in der USA, aber auch die Exploration des Silberprojekts Kino Hill soll vorangebracht werden. Wir sehen auf dieser eingeblendeten Karte, dass Metallic seine Liegenschaften direkt neben Heckler Mining hat, was auch als Investor natürlich immer ein Aspekt des Themas mit betrachten sollte. Ich will euch hier wie gesagt keine Anlageberatung geben, aber wir versuchen euch ein bisschen mehr zu vermitteln, worauf auch wir beim Investieren in Junior-Mining-Aktien schauen, um dann am Ende darauf basierend eine Entscheidung treffen zu können. Bei Metallic ist zum Beispiel auch noch spannend, dass der CEO namens Greg Johnson bereits die Firma Novagold zu einem Milliardenunternehmen begleitet hat. Es sind also sowohl Kontakte als auch die Kompetenz im Management vorhanden. Kürzlich erst haben sie das unter Beweis gestellt, denn Newcrest Mining ist in Metallic eingestiegen und hat sich knapp 10% an dem Explorationsunternehmen gesichert. Vom Explorer gehen wir aber wieder zum Produzenten. Für ein bisschen Abwechslung, jetzt geht es um First Majestics. Das ist ebenfalls eine Firma, die man im Kontext der Silber-Mine nennen muss, denn es ist einer der bekanntesten Produzenten. Alleine schon wegen des CEOs Keith Neumeyer, der immer wieder mit Aussagen ausfällt, dass der Silberpreis dreistellig gehen soll. Die Firma besitzt drei produzierende Minen in Mexiko, wo ca. 11 Millionen Unzen Silber produziert und dann auch in Barren gegossen werden. Zudem betreibt die Firma natürlich auch Exploration, auch in den USA im Bundesstaat Nevada. Das Einkommen von First Majestics ist fast 50-50 Gold und Silber, wobei der Anteil von Silber natürlich etwas überwiegt. Ich sagte euch ja bereits, dass die beiden Elementalle häufig in Kombination anzutreffen sind. Eine Sache, die die Firma besonders gut kann, ist neben dem Mining natürlich auch ihr Marketing, denn dafür sind sie bekannt. Und das ist natürlich auch im Hinblick auf den Aktienkurs durchaus positiv, beziehungsweise es kann positiv sein. Man investiert halt vor allem in Firmen, die man auch kennt. Ein Nachteil könnte bei First Majestics aber auch ganz klar wiederum die Abhängigkeit von einem Land, also Mexiko sein. Die aktuelle Regierung ist nicht mehr so scharf darauf, dass die in Anführungszeichen Ausländer kommen und die ganzen Rohstoffe mitnehmen. Verschiedene Gesetze sollten die Regeln für neue Minenprojekte erschweren. Das wurde jetzt nach vielen Protesten aber auch wieder abgemildert. Das bleibt in jedem Fall spannend. Also sowas muss man auch immer mal bedenken, wenn man sich mit dem Thema Investieren beschäftigt, mit dem Thema Minen, wie gut es ein Unternehmen diversifiziert. Was gibt es für Risiken? Zum Schluss nochmal ein bisschen was ganz anderes. Weed & Precious Metals, das ist ein Royalty-Unternehmen und besitzt im Vergleich zu den anderen Firmen nicht direkt produzierende Assets, sondern das Unternehmen hat sich viel mehr Lizenzen an Projekten von anderen Firmen gekauft, beziehungsweise gesichert und erhält nun Lizenzgebühren, die man auch Royalty-Fees nennt. Die Verantwortung der Produktion und Entwicklung der Minenprojekte, die liegt also nach wie vor bei anderen Unternehmen und das macht eben gerade das Risiko einer Royalty-Company so interessant. Ja, gerade noch von Risiko gesprochen, hier ist es dann eben relativ gering. Ausfälle der Minen oder auch extreme Schwankungen nach unten in den Metallpreisen, das sind durchaus Risiken, aber eben durch eine große Diversifizierung können die eher abgefedert werden. Wheaton bezieht im Vergleich zu anderen Royalty-Companies 97% seines Umsatzes aus Edelmetallen und knapp die Hälfte davon, die kommt aus Silberminen. Das Interessante ist jetzt noch, dass die Firma seit vielen Jahren auch die Gold- und Silberpreise immer wieder outperformt, wie wir in diesem Chart der Firma hier sehr gut sehen können. Das ist ja auch das, was wir euch hier immer wieder sagen. Physische Edelmetalle, die sind definitiv spannend, vor allem wenn es ums Thema Absicherung geht. Die Aktien sind dann aber am Ende der größere Hebel, wenn es ums Thema Kapitalmehrung geht. Wie immer bringt aber natürlich auch mehr Risiken mit sich, ganz klar. Ja, das war es jetzt aber erstmal mit dem kurzen Einblick in die Welt der Aktien von Silberminen. Ich versuche euch ja hier regelmäßig Wissen zum Bergbau und natürlich auch den Chancen und Risiken mitzugeben. Wenn euch das gefällt, dann schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare und schreibt uns auch bitte, ob ihr Fragen oder Anmerkungen habt, die dürft ihr dort gerne loswerden. Nur so können wir unser Wissen ganz gezielt an euch weitergeben. Ich bin, wie gesagt, in ein paar der genannten Aktien auch selber investiert und weise euch jetzt deswegen nochmal auf den Disclaimer hin, der jetzt auch noch gleich folgt. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder mit ein. Bis dahin.